Okay. Wir müssen wieder mal rein jetzt, ne? Wir müssen wieder mal rein. Wir müssen wieder 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 rein. Nein, Aygün, ich lese kaum eure Nachrichten, weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren muss. Und daher werden wir beginnen, die Nachrichten zu lesen. Es sind ja auch meistens einige hundert Leute drinnen. Da schafften wir, die Nachrichten. Wir müssen wieder rein. Wir müssen wieder rein. Wir müssen wieder rein. Und ich werden wieder rein. Und wir müssen wieder rein. Jetzt weißt du, dass wir, die Nachrichten, 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 die Nachrichten. Liebe Geschwister, ich versuche jeden Unterricht so zu gestalten, dass wenn man auch nicht die vorigen Unterrichte mitbekommen hat, dass jeder einzelne Unterricht für sich eine Lehre beinhaltet und dass wir viel, viel mitnehmen können, um damit unseren Islam besser praktizieren zu können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das allen ermöglichen, dass wir den Islam nicht nur theoretisch erlernen, sondern dass wir das vor allen Dingen praktisch umsetzen, was wir gelernt haben und wie schön kann das Leben sein, wie harmonisch und glückselig kann das Leben sein, wenn man sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam richtet, wie er gelebt hat, alaihi salatu wa sallam. Wer war Khadija bintul Khuwaylit? Khadija radiallahu anha war nicht irgendeine Frau, wie wir im Laufe des Unterrichts mitbekommen werden. Sie hieß Khadija bint Khuwaylit und sie war die reine Frau schon in der Jahiliya, bevor der Islam zu den Menschen gekommen ist. Was denkt ihr dann, wenn sie als reine Frau bezeichnet wurde in der Jahiliya, welchen Stellenwert sie dann erst recht im Islam gehabt hat? Und in einer Zeit, wo die Frauen Schändliches gemacht haben, in der Zeit, wo Khadija radiallahu anha wa abdaha gelebt hat, war Khadija die Rechtschaffene, die Blume, diejenige, die auf ihre Keuschheit geachtet hat. Eine Sache, die wir leider nicht mehr bestätigen können von vielen der Frauen. Und das ist eine Eigenschaft, die eine Frau begehrenswert macht. Und das ist eine Eigenschaft, die eine Frau besonders hübsch macht. Wenn sie auch vielleicht äußerlich nicht die volle Schönheit hat, so macht das sie schöner, dass sie eine reine, rechtschaffene Frau ist. Und subhanallah, liebe Geschwister, diese Eigenschaft haben nur sehr, sehr wenige Frauen. Mariam radiallahu anha, als Allah subhanahu wa ta'ala ihre wundervolle Geschichte im Koran erzählt, so sagte sie, als Jibril zu ihr kam, in Menschengestalt, und sie wusste nicht, wer er war, sie sagte, noch nie zuvor hat mich ein Mann angefasst, gucke weg, schau weg, ich möchte reinbleiben. So sagte sie, noch nie zuvor hat mich ein Mann berührt und ich bin doch wahrlich keine Prostituierte. Ich möchte nicht viel interpretieren in diese Wörter. Wer versteht, versteht. Und wir wollen rechtschaffene, tugendhafte Frauen haben, die den Stolz des Islam mit sich tragen. Schaut, liebe Geschwister, in der heutigen Zeit brüsten sich Frauen damit, dass sie schon so und so viele Lover und Männer gehabt haben. Ist das nicht eine Schande? Eine Schande aus der Sicht des Islam. Denn der Islam hat die Frauen dazu bewegt, dass sie erstmal einen Wert haben. Nummer eins, Nummer zwei, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Frauen den Hijab auferlegt hat, die islamische Bedeckung, nicht ohne Grund, sondern weil er subhanahu wa ta'ala Allah, die reine Frau liebt. Als Allah azza wa jal die Ayah, den Vers über den Hijab herabgesandt hat, so hat er uns gleichzeitig auch die Hikma, die Weisheit mitgeteilt vom Hijab. Allah azza wa jal sagt, Dieses, dass wenn sie die islamische Bedeckung tragen, die Frauen, dieses ist eher gewährleistet, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden, nicht von jedem dahergelaufenen hinterhergefiffen wird, nicht, dass sie von einem jeden dahergelaufenen angemacht werden. Dieses dient eher dazu, wenn sie die islamische Bekleidung tragen, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden und weiter. Und dieses dient dazu, oh Diener Allahs, dass sie nicht belästigt werden. Allahu akbar. Allah azza wa jal möchte, dass unsere Frauen rein sind, dass unsere Frauen rechtschaffend sind. Daraufhin, liebe Geschwister, sehen wir auch bei Frauen, die manchmal etwas vom Hijab, von der islamischen Bedeckung tragen, dass sie sich unter den Männern mischen, dass sie mit anderen Männern flirten, dass sie sich öffnen, um ein Gespräch zu ermöglichen mit Männern, die nicht ihr Recht sind. Und darüber sollten unsere Schwestern nachdenken, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Hijab auferlegt hat, damit genau dieses nicht passiert, damit sie als reine rechtschaffende Frauen gelten. Und man darf nicht einfach sagen, ja, ich bin rechtschaffend, ich bin rein, aber es macht mir nichts aus, dass ich mit so und so vielen Männern rede. Allah subhanahu wa ta'ala hätte dieses niemals erlaubt, hätte dieses niemals verboten, wenn es etwas Gutes gewesen wäre. Allah subhanahu wa ta'ala hätte dieses niemals erlaubt, wenn es etwas Schlechtes gewesen wäre. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses verboten, oh Diener Allahs. Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, sie war die erste Wahrhaftige unter den gläubigen Frauen. Und sie war die erste Frau des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und sie war die erste Frau, und du hörst immer wieder das Wort die erste, das macht sie so besonders, sie war die erste Frau, die hinter den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gebetet hat. Und die erste, die dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ein Kind zur Welt gebracht hat. Allahu Akbar. Ihr könnt euch erinnern, vor allen Dingen die letzten Male, als wir darüber geredet haben, wie viele Kinder der gesamte Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, hatte. Bitte gut aufpassen, nochmal eine Wiederholung, damit das in den Köpfen fest sitzt. Er hatte, wie viele Töchter von ihr? Vier Töchter. Wer? Zaynam, Rukia, Umkulthum, und, du hast richtig gesagt, Fatima. Das waren die vier Töchter vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mit Khadija, radiallahu anha wa adha. Und er hatte, lass mich dich hören, zwei Söhne von ihr gehabt. Einmal Al-Qasim, denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine Kunja, sein Beiname war auch Abu al-Qasim, und auch Abdullah. Diese beiden Kinder sind verstorben. Diese beiden Jungs sind verstorben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen wundervolle Mädchen gelassen, die Geschichte geschrieben haben, vor allen Dingen Fatima radiallahu anha wa adha. Khadija radiallahu anha war die Erste, der das Paradies versprochen wurde. Allahu akbar. Die Erste, oh Allah. So heißt es in einer Berlieferung bei Bukhari und Muslim, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, einmal Besuch bekommen hat von Jibril, alaihi salatu wa sallam. Atta Jibrilu, alaihi salatu wa sallam, ilan Nabi, sallallahu alaihi wa sallam. Faqala ya Rasulallah. So sagte er, oh Gesandte Allahs. Und ich möchte den Hadith abkürzen. Faqra, alaihi ha salama, min rabbih ha azza wa jal. Und in dieser Zeit war Khadija in ihrem Sterbewett. Sie hatte nicht mehr viele Tage zu leben. So kam Jibril, alaihi salatu wa sallam, zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und sagte zu ihm, Richte Khadija deiner Frau aus, dass Allah ihr Herr sie grüßt. Allahu akbar. Faqra, alaihi ha salam, grüße sie von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Salam. Friede sei auf dir, ja Khadija. Allahu akbar. Und er sagte eine wunderschöne Sache. Wa bashirha bi beytin fil jannah, min qasab la sahaba fihi wa la nasab. Und berichte ihr, dass auf sie ein Haus im Paradies wartet, welches aus Perlen besteht, worin sie keinen Lärm hören wird und worin es für sie keine Ermüdung, keine Erschöpfung geben wird. Subhanallah. Ihr wisst, liebe Geschwister, in den letzten Tagen, bevor einem der Tod heimsucht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch ein gutes Ende geben. So hat man viele, viele Qualen oft zu ertragen. Man hat viele Qualen oft zu ertragen und auch diese Müdigkeit, diese Erschöpfung. Und subhanallah, diese großartige Frau Khadija radiallahu anha wa andaha hat dieses versprochen bekommen, dass sie ein Haus bekommt im Paradies, welches aus Perlen besteht. Welches aus Perlen besteht und dass darin kein Lärm zu hören wird und dass sie darin nicht eine Erschöpfung erleiden. Dieses für sie, weil sie eine besondere Frau war. Und Khadija radiallahu anha war die erste, die dem Koran aus dem gesegneten Mund des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört hat. Und Khadija radiallahu anha wa ardaha, um es kurz zu fassen, war eine der besten Frauen auf der gesamten Welt. Allahu akbar. Höre diese Überlieferung, oh Dina Allahs, bei Imam Ahmad und Al-Hakam und bei anderen und Imam Al-Dhahabiyu rahimullah ta'ala und Sheikhun Al-Albani haben sie als authentisch klassifiziert. So sagte Ibn Abbas radiallahu anha, er berichtete vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass dieser sagte, die besten Frauen, höre zu, vom Paradies. Allahu akbar. Ich rede nicht über die Frauen, die in der Dunja gelebt haben. Darunter gab es Höllenbewohnerin und Paradiesbewohnerin. Aber ich rede jetzt über die Auslese, über die Besten der Besten, die sowieso das Paradies betreten werden. Und unter diesen Besten war Khadija radiallahu anha nochmal die Beste. Und auch Fatima bin Muhammad. Fatima radiallahu anha, die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und auch Maryam bin Imran, die ebenfalls im Koran erwähnt wird. Und auch Asiya bin Musahim und auch Asiya, die Frau von Pharaon. Diese sind die besten vier Frauen im Paradies. Welche Ehre von Allah azzawajal. Oh Allahi, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden ehren möchte, dann kann ihn niemand erniedrigen. Und das ist das, was ich für mich und für dich wünsche, oh Diener Allahs, dass wir es schaffen, bei Allah subhanahu wa ta'ala diese Ehre zu erhalten. Dass wir es schaffen, bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Stellung zu haben. Denn wer könnte dir etwas antun, wenn du bei Allah azzawajal geehrt bist. Und Khadija radiallahu anha wa ad-daha war so beliebt beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er sie auch oft erwähnt hat nach ihrem Tod. Und Aisha radiallahu anha gefiel das gar nicht. So heißt es in einer Überlieferung an Aisha radiallahu anha, über keine Frau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war ich so eifersüchtig wie über Khadija radiallahu anha wa ad-daha. Und ich habe sie zuvor nie gesehen. Das heißt, sie war eifersüchtig auf eine Frau, die sie nicht gesehen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie aber oft erwähnt. Hat sie oft erwähnt. Khadija, Khadija, Khadija. Und so sagt Aisha radiallahu anha am Ende dieser Überlieferung Du redest über Khadija, als ob es keine andere Frau in der Dunja geben würde. Außer, außer sie. Fayaqul, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam Innaha kanat wa kanat wa kanali minha walade. Khadija radiallahu anha Sie war und sie war und sie war so und so und ich hatte von ihr ein Kind. Allahu akbar. Dieses in der Überlieferung bei Bukhari und Muslim. Natürlich ist die Eifersucht der Frauen etwas ganz Natürliches. Und das sollten auch die Frauen begreifen, die in einer Mehr-Ehe leben. Dass sie vielleicht nicht mit jeder Art von Eifersucht klarkommen. Und dass ihnen nicht jede Art von Eifersucht leicht fällt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der dieses in diesen Frauen erschaffen hat, dass sie eifersüchtig sind, er ist auch derjenige, der ihnen diese Eifersucht lindern kann. Subhanallah, liebe Geschwister. Wir hören heute von einigen Schwestern, die schon sich im Paradies sehen. Und bei Allah, sie sind noch nicht im Paradies. Wir hören von ihnen, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass mein Mann eine andere Frau im Paradies heiratet außer mir. Ich hasse die Hurin bis zu dieser Stufe. Und sogar sagte unser Sheikh, das Verwunderlichste, was er gehört hat, war eine konvertierte Schwester, die ihren Mann gesagt hat, ich liebe es nicht, wenn wir in das Paradies hereinkommen, dass du neben mir eine andere Frau haben wirst. So sagte er zu ihr, wo ist das Problem? Sie sagte, ich akzeptiere dieses in keinem Fall. So hat sie Dua gegen ihren Mann gemacht, dass Allah ihn in das Höllenfeuer hereinbringen soll, damit er nicht mehrere Frauen im Paradies hat. Wie krank können manche Herzen sein, so krank, dass dieses zu einer übertriebenen Eifersucht führt. O Diener Allahs. Dieses ist eine ganz normale Sache, dass eine Frau eifersüchtig ist. Aber Subhanallah, denkt ihr, dass Allah Azzawajal dieses Gefühl auch bei den Frauen in Al-Jannah im Paradies erschaffen wird? Auf keinen Fall. Und jeder sollte wissen, dass die Empfindungen, die wir hier haben in dieser Welt, andere Empfindungen sind, als die Leute, die im Paradies sind. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, er erschafft keine Mängel im Paradies. Die Frauen werden dort nicht eifersüchtig sein, bei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, sondern Allah Subhanahu Wa Ta'ala wird sie mit den besten Eigenschaften ausstatten. Khadija radiallahu anha hatte vor der Ehe, liebe Geschwister, zwei Ehemänner gehabt. Natürlich nicht gleichzeitig, wie ihr euch denken könnt. Sie war verheiratet mit jemandem und als er gestorben ist, hat sie einen weiteren geheiratet, der ihr ebenfalls verstorben ist. Wir haben gesagt, sie war eine reine Frau. Khadija radiallahu anha wa ad-daha und mit dem letzten von beiden hatte sie einen Sohn gehabt. Sein Name war Hinda. Und nach dem Tod ihrer beiden Männer hat sie sich erst mal dazu entschlossen, nicht mehr zu heiraten. Und viele der angesehenen Persönlichkeiten von den Qurayshiten sind gekommen, um ihre Hand anzuhalten von Khadija radiallahu anha wa ad-daha. Warum? Khadija war reich. Und sie war schön. Und sie war gut erzogen. Hatte einen wunderschönen Charakter. Und sie war rechtschaffen und hatte zugleich eine gute Abstammung. Sagt mir, liebe Geschwister, was hat bei dieser Frau gefehlt? Was hat bei dieser Frau gefehlt? Und so sagte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Freund Allahs. Er sagte uns, wie es in einer Überlieferung heißt, tumkahul mar'atu li'arba. Die Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Das heißt nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, heiratet eine Frau aus diesen vier Gründen. Sondern er sagte uns, diese Frauen werden aus vier Gründen geheiratet. Limaliha, aufgrund ihres Geldes. Wali hasabiha, aufgrund ihres Stammes. Wali jimaliha, und aufgrund ihrer Schönheit. Wali diniha, und aufgrund ihrer Religion. Und er beendete den Hadith sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, so suche diejenigen von den Frauen aus, die Religion besitzt. Allahu akbar. Eine wunderschöne Überlieferung, die wir alle verstehen sollten. Liebe Geschwister, jeder einzelne Punkt, außer die Religion, ist problematisch bei einer Frau. Wenn sie wunderschön ist, so weiß sie, dass sie schön ist. Und das wird dir ganz schöne Probleme machen, oh Mann, wenn du mit ihr verheiratet bist. Denn viele Frauen, nicht alle Frauen, viele Frauen denken sich, wenn dieser Mann nicht so funktioniert, wie ich möchte, wenn er nicht das macht, was ich von ihm begehre, so werden hunderte von Männer auf mich. Und wenn sie sehr reich ist, hat sie ebenfalls eine ähnliche Denkweise. Und wenn sie auch von sehr guter Abstammung ist, dann könnte das sie eingebildet machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet, so sagte er uns, dass das aufgrund ihrer Schönheit, aufgrund ihres Reichtums und aufgrund ihrer Abstammung ist, warum sie geheiratet wird. Aber jetzt fügen wir eine Eigenschaft hinzu. Jede einzelne Eigenschaft, die problematisch für einen Mann sein kann, wenn man die Religion hinzufügt, dann ist alles wieder gemäßigt. Wenn eine Frau wunderschön ist, aber Religion hat, hat er nicht dieselben Probleme mit ihr, wie wenn sie keine Religion hat. Wenn eine Frau wunderschön ist und sie ist reich, dann hat er nicht dieselben Probleme mit ihr, wie wenn sie reich ist. Und ihr wisst, liebe Geschwister, die Frau von Ibrahim alaihi wasallam, einer der geehrten Gesandten, Sarah, sie wurde als eine so wunderschöne Frau beschrieben, wie wir es uns nicht vorstellen können. Wie wir es uns nicht vorstellen können. Aber weil diese Frauen Religion hatten, hat das ihre Schönheit ausgeglichen. Wie gesagt, wenn eine Frau nur schön ist, dann wird das dem Mann oft Probleme machen. Und kein Mann mag es, dass seine Frau angeguckt wird. Und stellt euch vor, ein Mann ist unterwegs mit seiner Frau und jeder oder fast jeder schaut sie an. Das ist natürlich eine gewaltige Fitna für den Mann, eine gewaltige Prüfung, mit der nicht jeder klarkommt. Und Khadija radiyallahu anha wa'abaha hat diese vier Eigenschaften besessen. Sie war reich, sie war schön und sie hatte Abstammung gehabt und zusätzlich hat sie Religion gehabt. Und das war, was sie ausgezeichnet hat. Allah azza wa jall kann geben, wen er will. Subhanallah, wir sehen heute Frauen, die bei Allah nicht mal hübsch sind. Sie können auch nicht mal als annähernd hübsch beschrieben werden. Und so siehst du diese Frauen, wie sie die Grenzen Allahs überschreiten. Warum? Warum, oh Schwester? Khadija radiyallahu anha, sie ist doch deine Vorbildin. Sie ist doch dein Vorbild. Und du solltest wissen, Khadija ist geehrt worden von Allah azza wa jall. Allah hat ihr den Salam ausgerichtet, dass sie eine ganz besondere Frau ist. Allah hat ihr das Paradies versprochen. Bist du schöner als Khadija? Bist du schöner als Sarah, die Frau von Ibrahim a.s. Bist du schöner als Asiya, die Asiya radiyallahu anha, bist du schöner als sie, die die Frau von Pharaon war? Das waren Frauen, die ungefähr eine Königinstellung hatten. Subhanallah, warum sind diese Frauen rechtschaffen geblieben und reingeblieben? Während eine Schwester von uns nicht einmal diese Eigenschaften besitzt und du siehst, dass sie von Platz zu Platz geht, um dort ihre Schönheit, die manchmal auch nicht vorhanden ist, zu präsentieren. Nutze deine Schönheit, oh Schwester, wenn du mit den Schwestern sitzt, um Da'wah mit ihnen zu machen. Nutze deine Schönheit, um zum Guten zu rufen. Schau Yusuf a.s. und das sage ich auch den Brüdern, denen Allah azza wa jall Schönheit gegeben hat. Wir sehen sie, dass sie gleich ein Muskelshirt anziehen und eine enge Jeans und so gehen sie raus. Viele von ihnen beten auch. Aber ich frage dich, oh Diener Allahs, diese enge Jeans, die deine Stimme schon mittlerweile geändert hat, trägst du diese für Allah? Sag es mir. Trägst du sie, um Allah näher zu kommen? Dieses Muskelshirt, was du trägst, trägst du das für Allah azza wa jall und du Schwester, ich habe dich nicht vergessen, schau nicht weg. Trägst du deine High Heels für Allah? Trägst du die knappe Kleidung, auch wenn du ein Kopftuch trägst, für Allah? Sei ehrlich. Das ist für dich, für dein Gelüst, auf das du jemanden findest, der vielleicht zu dir passt. Aber Allah azza wa jall, er versorgt, wem er will. Man braucht kein Haram zu machen, damit man einen Ehemann oder eine Ehefrau bekommt und wir kommen gleich darüber zu sprechen. Biiznillah, Samiyah al-Alim. Khadija radiallahu anha, nachdem so viele Männer zu ihr kamen, von den hohen Persönlichkeiten, von den Qurayshiten, so hat sie alle von ihnen abgelehnt. Allah hatte was anderes mit ihr vor. Und eines Tages hörte sie über die Ehrlichkeit vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und über seinen treuen Charakter. Und sie bestellte ihn, damit er Handel für sie betreibt. Khadija radiallahu anha, das verstehen viele falsch, sie war nicht im Vordergrund beim Handel. Sie hat Leute eingestellt, die für sie den Handel ausgeführt haben. Leute, die ehrlich waren, die wahrhaftig waren und die auch klug waren, damit sie auch diesen Handel nach vorne treiben können. Und als sie von diesen edlen Eigenschaften vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehört hat, war sie überwältigt. Und als sie sich persönlich ein Bild sogar vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, gemacht hat, so schickte sie jemanden, der ihnen mitteilte, dass Khadija radiallahu anha wa ardaha ihn zum Mann haben möchte. Khadija wollte ihn heiraten. Allah alaqbar. Und hier lernen wir, eine Frau kann sich auch zur Heirat anbieten. Eine Frau kann sich auch zur Heirat anbieten, aber mit Adab, mit Benehmen. Nicht das, was die Frauen heutzutage machen. Sie bringt ihren Lava mit nach Hause und sagt, Dad, das ist mein neuer Lava, gib mir fünf, bist du einverstanden. ist das eine Art und Weise, wie eine Frau gegenüber ihrem Mann, gegenüber ihrem Vater verfährt. Ist das eine Art und Weise, liebe Schwester? Nein. Wenn sie das durch die Blume macht, dass sie zum Beispiel eine Schwester schickt zu dem Bruder oder eine Tante schickt zu dem Bruder oder ihre Mutter und dass sie ihn zu verstehen geben, dass er eine Frau, dass es eine Frau gibt, die sich für ihn interessiert, so ist das überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Eine Schwester ist trotzdem rechtschaffen und ist trotzdem gut, aber wie gesagt, das soll sie nicht offen machen, indem sie direkt zum Bruder hingeht und sagt, da bin ich. Du hast auf mich gewartet, ich weiß es und jetzt bin ich endlich für dich da. Nein. Sondern das macht sie, oh Dina Allahs, durch eine Hintertür, so aber, dass der Mann dieses mitbekommt, biiznillah, samil alim. Und vor allen Dingen, das habe ich euch versprochen, dass wir darüber reden, das Kennenlernen im Halal. Schaut, Khadija radjallahu anha hat kein Haram gemacht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hasha hat kein Haram gemacht, damit er Khadija heiratet. Wen hat er geheiratet? Er hat nicht irgendeine Frau geheiratet. Heutzutage sehen wir Leute, die heiraten miteinander und wallahi, sie haben keine hohe Religiosität, Nummer eins. Und Nummer zwei, noch schlimmer, dass sie sich nichts daraus machen, dass sie im Verbotenen, im Haram heiraten. Manche sind von der Sorte, dass sie mit ihrem Partner zusammenkommen, bevor überhaupt eine islamische Heirat stattgefunden hat. Das heißt, weder weiß der Vater davon, sie leben manchmal schon zusammen und ich rede sogar über Schwestern, die einen Niqab haben, auch das hörten wir und wir hören dasselbe von Brüdern, die fünfmal am Tag beten und sagen, sie lieben Allah, dass sie Freundinnen haben und nicht bereit sind, sie zu heiraten. Was haben wir von der Religion gelernt, liebe Geschwister? Und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala und möchten euch erstmal eine Sache sagen, wir sind nicht besser als ihr. Wir sind nicht besser als ihr. Aber das ist ein Ratschlag von uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat doch alles niedergeschrieben. Wallahi, wisse eine Sache, oh Dina Allahs, der du vielleicht in einer Situation steckst, dass du sagst, ich habe mich bei der beworben, aber der Vater will nicht. Der Vater möchte nicht. Er möchte nicht, dass ich diese Frau heirate. Oder genauso eine Schwester, die jemanden heiraten möchte und ihr Vater lehnt ab. So sage ich euch, diese Geschichten sind keine Einzelgeschichten. Das sind Geschichten, die schon hundertundtausendfach passiert sind und das Ergebnis, halte dich fest, war trotzdem, dass sie zum Schluss geheiratet haben. Weil diesen Yaqin, diese Gewissheit solltest du haben, wenn Allah, der Allmächtige, der schon alles niedergeschrieben hat, niedergeschrieben hat, wenn er für dich die Ehe mit dem Mann geschrieben hat oder von dir, Bruder, mit dieser Schwester, wisse, es wird so passieren, wenn sie auch einen Vater hat, der dich abgrundtief mit jeder Faser seines Herzens hat. Wallahi, es wird passieren. Ein Versprechen von Abu'l-Bara, glaube mir in diesem Fall. Es wird so passieren und wir haben Geschichten über Geschichten und es reicht leider nicht die Zeit, dass wir darüber reden, aber wir versichern dir, Allah wird dich, wenn er es geschrieben hat, mit dieser Frau verheiraten und mache kein Haram, mache keine verbotene Sache, dass du mit ihr schon vorher zusammenziehst oder dass ihr so eine Art Freund-Freundin Beziehung führst oder dass ihr sogar heiratet und das hören wir von vielen religiösen Geschwistern, die den Wali, den Vater einfach außen vor lassen und sie heiraten, ohne dass der Wali der Vater von der Frau Bescheid weiß. Sinner. Dieses ist eine Sinnerbeziehung, nichts anderes. Abu'l-Bara, der Imam war da, der hat mir den Segen gegeben. Segen kommt erst mal nur von Allah und von vielen Imamen kommt mehr als Scharr, als Übles, das haben wir schon gesehen. Manche sind bereit, dich auch mit einer Christin oder Jüdin zu verheiraten, die Sinner gemacht hat. Wo ist das Problem? Er bekommt 100 Euro. für den Tag kann er sich das Gewünschte kaufen, was er begehrt. Glaubst du, es interessiert ihn? Glaubst du, er möchte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten? Nicht jeder ist einer, nicht jeder Imam fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Das sollten wir wissen. Daher mein Rat an dich, lerne eine Frau nur im Halal stehen. Lerne eine Frau nur im Halal kennen. Wenn du dich für eine Frau interessierst, nimm dein Telefon, was du oft im Haram benutzt hast, aber diesmal benutzt du es im Halal und du rufst den Vater an und du machst einen Termin und du gehst durch die Tür, nicht durch das Fenster. Du gehst durch die Tür und du redest mit dem Vater von Mann zu Mann. Du bist doch ein Mann, oder? Von Mann zu Mann und dort vereinbart ihr alles. Und wenn du mit der Frau reden möchtest, kannst du in einem Zimmer mit ihr reden, es darf aber nicht abgeschlossen sein. Aber ihr dürft trotzdem privat reden. Und so könnt ihr euch dazu entscheiden, dass ihr zusammen zieht, wenn Allah das für euch bestimmt hat. Möge Allah jedem Bruder eine rechtschaffene Frau zur Frau geben und möge jeder Schwester einen rechtschaffenden Mann zum Mann geben. Allahumma amin. Die bekannteste Überlieferung unter den Gelehrten von Sira ist, dass sie 40 Jahre alt gewesen ist. Und diese Überlieferung ist von den schwächsten Überlieferungen, liebe Geschwister. Khadija die meisten denken, dass sie 40 Jahre alt gewesen ist. Wir können das nicht bestätigen, weil die Überlieferung nicht authentisch ist. Und sowieso, wenn wir auch all ihre Kinder dazurechnen, die sie bekommen hat, und wenn sie sie auch nach kurzen oder in kurzen Abständen bekommen hat, in kurzen Abständen bekommen hat, so haben wir insgesamt sechs Kinder. Wie alt war dann Khadija wenn sie erst mit 40 geheiratet hat. Deswegen haben viele Gelehrte, deswegen, liebe Geschwister, haben viele Gelehrte gesagt, dass Khadija unter 30 Jahre alt gewesen ist. Und manche sagten, etwas über 30 Jahre. Ibn Hajj al-Asqalani hat die Ansicht bevorzugt, dass sie 38 war. Aber sie schien zwischen 25 und 28 Jahren bedeutet unter 30 gewesen zu sein. Es gibt dafür keine klaren Überlieferungen. Es gibt viele Überlieferungen, die aber nicht authentisch sind. Khadija radiyallahu anha, sie war in diesem Alter ungefähr gewesen und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir haben schon seine Geschichte, walhamdulillahi rabbal alamin, studiert, so ist er im Alter von 25 Jahren dieser Ehe, diese Ehe eingegangen mit Khadija radiyallahu anha wa adha. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, weil, ich mache eine Klammer auf und eine Klammer zu, die üblen Leute, die den Islam abgrundtief hassen, haben gesagt, der Prophet hat nur geheiratet, weil er seinem Gelüst nachkommen wollte, wie zum Beispiel mit Aisha und so weiter und so fort. Und diese Leute haben üble Herzen. Möge Allah azzawjall sie recht leiten. Es war schon immer eine Herangehensweise von ihnen, dass sie versucht haben, den Islam zu attackieren. Lasst uns die Geschichte studieren vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann werden wir sehen, dass diese Leute nichts anderes als die Unwahrheit gesprochen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war ein Schab, ein Jugendlicher, überlegt, ungefähr 25 Jahre. Warum sollte ein 25-Jähriger eine Frau heiraten, die erstmal viel älter ist als er? Weil diese Leute sich auch auf die Überlieferung berufen haben, dass Khadija älter gewesen ist. Warum sollte ein Schab, ein Jugendlicher, eine ältere Frau heiraten? Nummer eins. Nummer zwei, diese Frau hatte schon zwei Ehen gehabt. Und diese Frau hat auch Kinder gehabt. Ein Mann, der seinen Gelüsten folgen will, so hat er nicht diese Frau als Priorität. So hat er eine ganz andere Denkweise, er hat eine ganz andere Vorstellung, wenn er sich zur Frau nimmt. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er 50 Jahre alt war und Khadija schon gestorben ist, radiyallahu anha wa adaha, erst dann heiratete er wieder eine Frau. Sauda radiyallahu anha wa adaha. Yani, subhanallah, warum soll ein Mann, der so besessen ist von Gelüsten, wie diese Leute, der Falschheit dieses Behaupten, warten bis zu seinem 50. Lebensjahr und in der Zeit vom 25. zum 40. Lebensjahr hat er alle Möglichkeiten gehabt. Warum? Er hat er später die Meer-Ehe vollzogen. Allahu akbar. Später? Ja, er hat später die Meer-Ehe vollzogen. Hört, was Aisha radiyallahu anha wa adaha gesagt hat und die Überlieferung ist bei Imam Muslim rahimullah ta'ala. Sie sagte, Lam Yetazawwaj Al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala Khadija hatta matat. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat nicht neben Khadija eine weitere Frau geheiratet, bis sie verstorben ist. Allahu akbar. Sie ist verstorben und erst dann hat der Prophet sallallahu alayhi wa sallam mit 50 Jahren O ihr üblen Herzen, die ihr dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam etwas anhängen wollt. Aber bei Allah, je mehr ihr ihm etwas anhängen wollt, umso mehr lieben wir ihn. Wir sind verrückt nach dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam und wir können es kaum abwarten, ihn zu sehen. Alayhi wa sallam. Deswegen, liebe Geschwister, Khadija radiallahu alayhi wa sallam ist gestorben. Erst dann hat der Prophet sallallahu alayhi wa sallam weitere Frauen geheiratet. Und schaut, subhanallah, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam niemals seine erste Ehe vergessen hat. Warum? Weil Khadija radiallahu alayhi wa sallam sie war etwas ganz Besonderes. Hört diese Überlieferung damit wir verstehen, wer Khadija radiallahu alayhi wa sallam überhaupt war. So heißt es und die Überlieferung ist bei Bukhari Kana yakhlu bi ghar hira Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat sich oft alleine aufgehalten in der Höhle hira. Du kennst die Geschichte, aber wir wollen sie zusammen noch einmal wiederholen. Hatta jaa'ahu lhaq wa hua fi ghar hira bis Jibreel alayhi wa sallam einmal zu ihm kam und er befand sich gerade in der Höhle hira. Fajaa'hu l malak So kam Jibreel alayhi wa sallam zu ihm So sagte er zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam lies und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wie ihr alle wisst war analfabet. Allah hat das im Koran erwähnt. An-Nabiyu al-Ummi der Prophet der analfabet ist. Subhanallah die Muschrikien haben über ihn gelogen die Götzendiener und die Leute von Ahlul Kitab haben über ihn gelogen wie ihr wisst liebe Geschwister von den Juden und den Christen und manche von ihnen haben behauptet der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat den Koran nicht von Allah bekommen sondern er hat viel mehr die Schriften zusammengestellt und diese Schriften hat er dann zusammengefügt und gesagt er hätte ein neues Buch. Subhanallah wie soll er das machen wenn er ein Alphalphabet ist wenn er ein An-Alphabet ist wo ist die Logik von diesen Leuten gewesen sie wollten einfach nur abscheulich über ihn lügen er sagte zu ihm Iqra so ließ diese Worte von Jibril alayhi wa sallam und der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sah Jibril nicht oft in seiner ursprünglichen Gestalt manche berichten dass er ihn zweimal manche dass er ihn dreimal in seiner ursprünglichen Gestalt gesehen hat und niemand außer ihm denn ihr wisst die Menschen sehen nicht die Engel in ihrer ursprünglichen Gestalt Abulwara als ob ich dich erwischt habe endlich habe ich dich jetzt kann ich endlich ein Video gegen dich machen um vor deiner Unwissenheit zu warnen was war mit Abdullah ibn Abbas radiyallahu an deswegen erwähne ich das jetzt damit du nicht vor mir warnen musst Abdullah ibn Abbas radiyallahu an die Überlieferung ist bei Imam Ahmad hat eine Ehrung von Allah bekommen dass er Jibril in seiner ursprünglichen Gestalt sehen konnte das war nur für ihn gewesen sind wir jetzt wieder Freunde und Alhamdulillahi Rabbil Alameen so war das eine Gnade für Abdullah ibn Abbas der Prophet der Prophet selber als er Jibril gesehen hat in seiner ursprünglichen Gestalt ist er erstarrt denn liebe Geschwister Jibril wird in einer Überlieferung Alayhi Salatu was beschrieben bei Imam Ahmad dass er 600 Flügel gehabt hat und jeder Flügel bedeckt den gesamten Horizont Allahu Akbar wie gewaltig war Jibril Alayhi Salatu was gewesen jeder einzelne Flügel bedeckt den gesamten Horizont wie groß war Jibril insgesamt nur Allah weiß das Jibril Alayhi Salatu was Salam und wir kommen später noch auf ihn zu sprechen als Allah das Volk von Lut die Schändliches betrieben haben unter den Männern so hat er ihm befohlen dass Jibril Alayhi Salatu was Salam die Strafe ausführt Jibril Alayhi Salatu was Salam hat mit einem Teil von seinen Flügeln die gesamte Erde hochgehoben wo diese Leute gelebt haben und bis zum Himmel hinauf getragen Allahu akbar Jibril Alayhi Salatu was Salam so sagte er Iqra lies so sagte der Prophet Sallallahu Alayhi was ich kann nicht lesen so sagte er so hat mich Jibril Alayhi Salatu gedrückt bis ich erschöpft war dann sagte er ein zweites Mal Iqra lies er sagte ich kann nicht lesen so hat Jibril ihn wieder gedrückt zum zweiten Mal und ihr müsst euch vorstellen liebe Geschwister der Prophet Sallallahu Alayhi was Salam in dieser Situation war er erstarrt was ist das für eine Situation und es wurde von ihm etwas verlangt dass er lesen sollte und er sagte immer wieder ich kann nicht lesen und so hat Jibril ihn ein drittes Mal gedrückt und so sagte er zu ihm Iqra so lies im Namen deines Herrn ich frage dich eine Frage welche war das vom Koran die als erstes herabgesandt wurde oder in der Mitte der Offenbarung oder ganz am Ende der Offenbarung du hast recht das Kreuzwort Riesel hast du richtig gelöst es war die erste Ayah die offenbart wurde weißt du dass wir gerade mit der Offenbarung leben wir leben mit der Offenbarung vom Propheten er hat diese frisch bekommen lies im Namen deines Herrn der Prophet er war sichtlich beeindruckt und so ging er nach Hause und er sagte Sammiluni bedeckt mich bedeckt mich denn ihr müsst euch vorstellen diese Situation war eine ganz war eine seltsame Situation war eine fremde Situation für den Propheten so dass er auch sich in diesem Moment nicht richtig beherrschen konnte und so sagte er höre zu Er sagte so wurde berichtet dass als er zurückgegangen ist so hat sein Herz gezittert so hat sein Herz gezittert und er kam zu Khadija rein und er sagte bedeckt mich bedeckt mich subhanallah schau wie diese Frau war Khadija sie sagte nicht warum erzähl mir erst mal was passiert ist weil manche möchten gerne eine Sache in die Länge ziehen sofort hat sie ihn bedeckt wie er es befohlen hat und dann sagte er ich habe mir wahrlich Sorgen um mich selber gemacht so sagte weil er dachte es wird irgendetwas mit ihm passieren höre die Wörter von einer weisen Frau von einer intelligenten Frau wie sie mit ihm gesprochen hat sie sagte Aber nein bei Allah wird dich niemals in Schande stürzen denn er liebt dich es war zwar eine gewaltige Erfahrung die du gemacht hast aber denke nicht dass Allah dir etwas schlechtes damit antun wollte schaut welche wunderschönen Wörter sie zum Schluss gesprochen hat und damit beenden beenden sie sagte du achtest auf die Familienbande auf die Verwandtschaftsbande sie sagte zum Propheten niemals wirst du von Allah eine Schande erleben denn du bist derjenige der die Verwandtschaftsbande pflegt und der die Wahrheit spricht und dem Schwachen hilft und den Gast freundlich aufnimmt und dem Armen unter die Arme greift Allahu akbar was für eine wunderschöne Überlieferung eine Überlieferung die uns beweist wer der Prophet sallallahu alaihi wasalama war und wie gut seine Frau Khadija radiyallahu anha wa abdaha die mit 65 Jahren gestorben ist möge Allah sie unter den geehrten Diener im Paradies vereinen Allah amin habe ich etwas Gutes gesagt ist es von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt ist es von mir und von Schaitan möge Allah mir vergeben liebe Geschwister ganz kurz bitte wir müssen jetzt einen Anruf vornehmen der war vor zwei Tagen vereinbart mit einer gleich Schwester wir werden sie anrufen weil sie den Islam annehmen möchte und sie wollte gerne dass ihr Zeugen seid darüber und die zweite Sache am Sonntag fällt der Unterricht über den Livestream aus denn wir sind über das Wochenende in Westdeutschland aber am Freitagabend um 20 Uhr gibt es einen Live Vortrag der wird auch live übertragen wir wir rufen wir rufen die bald Schwester an ich hoffe dass sie das nicht vergessen hat mit dem Termin bevor ihr die Fragen stellen könnt rufen wir sie an Frau Zimmermann ich grüße sie Abul Barah am Telefon alles gut es gibt schlimmeres im Leben es gibt schlimmeres im Leben wir wollten wie versprochen heute die das Glaubensbekenntnis mit dir zusammen wir haben ja uns darauf geeinigt dass wir uns duzen dürfen richtig wir wollten das wir wollten das Glaubensbekenntnis zusammen sprechen aber sie gehen nicht weg also darf ich nach wie vor du sagen natürlich natürlich ich bin immer der du du gehst nicht weg nein nein ich gehe nicht weg ich bin immer noch hier und wir haben ungefähr jetzt wenn ich das richtig überblicke 243 Leute die auf diese wunderschöne Nachricht warten dass du den Islam annimmst ich hatte ja mit dir schon vorher über den Islam gesprochen und hat man dich bedroht Claudia dass du den Islam annimmst dass man dich töten wird wenn du nicht den Islam annimmst hat man dir so etwas gesagt oder ist das aus freiwilligen Stücken heraus das ist bei mir aus freiwilligen Stücken heraus ich möchte den Islam annehmen das ist korrekt Alhamdulillah weil man sagt weil man sagt dass die Leute unter Druck gesetzt werden bis sie den Islam annehmen natürlich eine Lüge mich lässt keiner unter Druck ich möchte das freiwillig Alhamdulillah Alhamdulillah erstmal zu ihrer Person das ist Frau Claudia Zimmermann sie ist medizinische Assistentin in Bayern medizinisch technische Assistentin manchmal kann ein Wort eine Menge ausmachen medizinisch technische Assistentin ich bin ich bin ich bin im Labor tätig sie ist im Labor tätig das heißt sie weiß dass der Coronavirus nicht das ist was man sagt und auf jeden Fall sagen wir das ist eine Frau die intelligent ist und die Verstand besitzt weil man sagt dass die Leute die nichts Nutze sind den Islam annehmen was natürlich Claudia eine Lüge ist aber ich will nur diese Leute widerlegen hier ist eine intelligente Frau die den Islam jetzt mit uns annehmen Claudia ich werde das auf Arabisch sagen und dann werden wir das auf Deutsch sagen ja okay bist du bereit aber du hilfst mir ich helfe dir hast du Herzklopfen ja schlimme Herzklopfen ja wird man mehr dein Herz hören oder mehr deine Stimme große Freistfrage okay dann sprich mir nach am besten du sagst das vor und ich spreche Muhammadan Rasul Allah Rasul Allah Rasul Allah ja Allah okay Alhamdulillah ihr seht Claudia war schneller als ich ich habe das Gefühl gehabt ich komme jetzt zum Islam und Claudia bringt mir bei wie man den Islam annimmt MashaAllah wunderschön Claudia das hat mir sehr gefallen und man merkt du hast dich schon damit auseinander gesetzt möge Allah dir mit dem Islam alle deine Sünden vergeben und möge Allah dich unter den besten Paradies Bewohnern schreiben und möge Allah dich immer im Guten bewahren und dich von allem Übel entfernen Amin 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 und wir werden das jetzt auf Deutsch sagen damit du auch weißt was du gesagt hast Claudia ich bezeuge dass es keinen Gott außer Allah gibt und Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist MashaAllah du glaubst gar nicht wie sehr die Leute gerade schreiben Amin Amin sagen sie und sie freuen sich und sie sagen Allahu Akbar Allahu Akbar Claudia ist nicht dass wenn ein Muslim sich entschließt eine Bombe zu zünden sondern Allahu Akbar bedeutet Allah ist der allergrößte das heißt das ist ein Ausdruck der Freude für uns das ist etwas wunderschönes wir können hier nur Allah erwähnen weil die ganzen Gnaden nur von Allah kommen und deswegen freut es uns umso mehr dass du den Islam angenommen hast das war eines der schönsten Telefonate wenn sie auch sehr kurz waren die ich geführt habe Claudia und wir möchten dich auch nicht alleine lassen du solltest wissen heute machst du am besten eine Gesamtwaschung Allah wird dadurch die gesamten Sünden von dir reinigen und werden wir Schritt für Schritt das gesamte erlernen sodass du auch in Kürze mit dem Gebet anfangen kannst denn das ist eine besondere Verbindung die man zu Allah hat aber du hilfst mir ich helfe dir bei allem Claudia was dich der Religion nahe bringt Möge Allah mir dazu Kraft geben wir bedanken uns auch bei dir und einen schönen Gruß von den Geschwistern im Internet sie sind alle sehr erstaunt dass du diese Art und Weise den Islam angenommen hast und wir sagen dir wir bedanken uns auch bei dir sie bedankt sich bei euch liebe Geschwister im Internet sie sagt danke an euch alle obwohl sie euch nicht kennt was zeigt dass sie ein sehr schönes und sehr weiches herz möge sie segnen und wir begrüßen dich ab jetzt immer weil du eine Schwester geworden bist Claudia mit Assalamualaikum das sagt dir was genau richtig Assalamualaikum das sagt man wenn man dir ein Bittgebet sozusagen mit gleich auf den Weg gibt vielen 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 Dank Claudia und hab einen schönen Tag und wir werden uns bei dir melden Inshaallah Assalamualaikum Wallah ist das nicht eine Freude liebe Geschwister Subhanallah wie Leute ich sage immer wieder das ist eine Frau die kommt aus Bayern das ist eine Frau die kommt aus Bayern und ihr wisst in Bayern gibt es sehr sehr viele Islamhasser allgemein Leute die Ausländer hassen der Rassismus ist dort sehr sehr weit vorangetrieben ist sehr sehr verbreitet das wisst ihr alle aber Subhanallah schaut mal diese Frau die nicht viel mit dem Islam zu tun hatte aber Allah hat sie zu dieser Wahrheit geleitet Allahu akbar bitte liebe Geschwister ich höre immer von so vielen Geschwister ich habe das nicht im Leben ich habe keine Frau ich habe keine Arbeit ich habe kein Geld ich habe das nicht Subhanallah hat Allah euch nicht das Beste gegeben lieber keine Frau aber dafür ins Paradies gehen lieber keine Arbeit aber dafür in das Paradies gehen lieber kein Geld aber dafür zu den Reichsten der Reichen im Paradies zu gehören hat man nicht darüber nachgedacht aber Subhanallah das ist leider so dass manche Leute nur die Dunya im Herzen haben möge Allah unsere Herzen säubern wir haben leider nicht viel Zeit liebe Geschwister weil wir uns auch in Kürze auf den Weg machen müssen wir geben euch fünf Minuten für Fragen verzeiht mir dass ich nicht mehr Zeit habe und dann kommen wir zu Ende nochmal am Sonntag wird es keinen Live-Vortrag geben stattdessen am Freitag um 20 Uhr unser Gastvortrag in Braunschweig Barak Laufikum Mujizak Um Lach Her Teil Liebe Geschwister ihr könnt eure Fragen stellen wie gesagt fünf Minuten haben wir leider nur Zeit und dann müssen wir weitermachen wenn ihr keine Fragen habt umso besser für mich dann kann ich früher beenden ok bitteschön diese Frage haben wir schon oft beantwortet liebe Geschwister geht bitte ins Internet und gibt meinen Namen ein darf man die Gebete zusammenziehen wenn es spät wird dann habt ihr eine Antwort inshallah teile es wird gefragt welche Rechte und Pflichten hat der älteste Sohn und ist er dem Vater gleich welche Rechten und Pflichten hat der älteste Sohn natürlich der älteste Sohn sollte ein Vorbild sein für die anderen Kinder sollte ein Vorbild sein für die anderen Kinder denn wir sollten wissen liebe Geschwister viele Leute viele Eltern erziehen ihre Kinder nicht gut nicht nach dem Islam und die Kinder wissen weder wer Allah ist noch wer der Prophet ist noch was Halal und was Haram ist und dadurch gibt der eine Junge wenn er etwas schlechtes gelernt hat das den anderen Kindern weiter und zum Schluss lernen sie alle das schlechte denn die meisten Kinder nehmen untereinander mehr an als von den Eltern und daher ist es sehr wichtig dass man den ersten Jungen oder das älteste Kind gut erzieht weil er sehr sehr viel dazu beitragen wird dass die anderen Kinder ebenfalls gut werden das heißt einmal strengen sich die Eltern richtig an und dann werden sie eine großartige Hilfe haben von ihrem ältesten Sohn Inshallah Ta'ala kann man zu jeder Zeit Taube machen natürlich du kannst zu jeder Zeit Allah um Vergebung bitten der Prophet sagte in einer Überlieferung 70 Mal Al-Istighfar und in einer anderen Überlieferung 100 Mal was uns dazu bewegen sollte natürlich der Prophet hat nicht gesündigt wie wir aber er wollte uns damit beibringen dass wir dieses oft erwähnen am Tag Wallahu Ta'ala A'la Es wird gefragt ist der Koran und Koran Karim das gleiche? Ist der Koran und Koran Al-Karim das gleiche? Nein Koran ist ein Name für den Koran Karim Karim liebe Geschwister ist eine Eigenschaft wenn wir sagen zum Beispiel Al-Rasul Al-Karim der edle Gesandte das ist eine Eigenschaft das ist nicht ein Name der Koran ist ein Name vom Koran wie auch Al-Zikr Al-Tanzil Al-Furkan und so weiter und so fort das sind Namen vom Koran aber Karim ist allgemein eine Eigenschaft jetzt habe ich nicht habe ich nicht gesagt das ist eine Eigenschaft natürlich der Koran ist edel aber es wurden Eigenschaften beschrieben die auch überliefert worden sind vom Koran oder von der Sunnah es wird gefragt darf eine Frau unter Frauen vorbeten? darf eine Frau unter Frauen vorbeten? ja und so hat Aisha das vorgemacht die Überlieferung ist in dem Kitab hat sie als authentisch klassifiziert Aisha hat vorgebetet aber das vorbeten bei den Frauen ist anders als bei den Männern bei den Männern steht einer vorne vor den anderen aber bei den Frauen ist es so liebe Geschwister dass sie alle in einer Reihe stehen und die Frau steht in der Mitte Wallahu Ta'ala es wird gefragt warum benutzt keiner der Schuyuk Koran ist das keine Sunnah? warum benutzt keiner der Schuyuk Koran ist das keine Sunnah? dass sie dass du sie nicht siehst während sie das benutzen bedeutet nicht dass sie es nicht benutzen denn der Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam er sagt in einer Überlieferung die authentisch ist er sagte Al-Kuhl über Al-Kuhl und dessen Vorzüge verbessert die Sehkraft und lässt das Haar sprießen und lässt das Haar sprießen das heißt wachsen und in einer Überlieferung dass man das beim Schlafen auch verwenden sollte Es wird gefragt wie kann man mit seiner Frau umgehen wenn sie provoziert Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Er sagte ich versuchte mit meiner Frau eine harmonische Beziehung zu führen wann auch immer ich zornig war so hat sie mich heruntergebracht das heißt sie hat mich vom Zorn heruntergebracht indem sie mir milde gute Worte gesagt hat und sie einsichtig war und wann auch immer sie zornig war so habe ich sie heruntergebracht das wird nichts bringen dass beide zornig sind das wird nichts bringen dass beide zornig sind weil dieses wird in einer Katastrophe enden möge Allah Es wird gefragt Ich habe einige Male mitbekommen wie manche Geschwister Assalamu Alaikum Ta'ala Wa Barakatuh sagen Ist das so richtig? Ich habe einige Male mitbekommen wie manche Geschwister sagen Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Man sollte das ganz normal machen man sollte das ganz normal machen indem man sagt Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Es wird gefragt darf eine Frau die Karma machen wenn ihr Mann da ist? Darf die Frau die Karma machen wenn der Mann da ist? Nein wenn der Mann da ist so macht er die Ikama und dann beten sie zusammen wie Ibn Illa Ta'ala Die letzten zwei Fragen Wie beende ich so schnell wie möglich eine Beziehung die Haram ist? Wie beende ich eine Beziehung so schnell wie möglich die Haram ist? Ganz einfach Du musst erstmal Allah am meisten lieben und wenn du sagst ich liebe Allah am meisten so sollte dein Gelüst nicht vor der Liebe zu Allah stehen Nummer eins Nummer zwei Wisse oh Diener Allahs und ich bin mir sicher dass du es kaum abwarten kannst in das Paradies herein zu gehen und dich auch dort mit den Huril Ayn zu vergnügen und das ist das Recht von einem jeden Mann im Paradies so sollst du wissen dass derjenige der eine Sünde in dieser Dunya gemacht hat dass er nicht das Gute im gleichen Maße in Al-Janda bekommt vielleicht wird dir das verwehrt werden denn es gab manche Gelehrte die gesagt haben manche haben das natürlich nur auf bestimmte Dinge bezogen dass wenn man hier in der Dunya etwas macht wie Alkohol trinken oder Seide trinken oder sonstiges dass man das im Paradies nicht bekommt manche haben gesagt allgemein wenn man die Dinge macht die hier Haram sind so wird man nicht das Gegenstück im Paradies bekommen manche haben das allgemein genommen und manche haben das nur auf diese Sachen beschränkt aber die Gefahr ist da die Gefahr ist da das heißt möchtest du für eine Frau die bei Allah nicht den Stellenwert von einer Hur-Al-Ain von einer Paradies-Jungfrau besitzt möchtest du sie hier in der Dunya eintauschen und dafür im Paradies nichts bekommen ich denke niemals dass du so unvernünftig bist möge Allah dir dazu verhelfen diese Frau zu verlassen ja achi heirate im Halal und subhanallah Alhamdulillah alles ist dir erlaubt wenn du die Frau im Halal heiratest na die letzte Frage es wird gefragt was ist das Urteil für Schwestern die sich auf soziale Netzwerke zur Schau stellen mit dem Niqab indem sie ihre Augen und so weiter zeigen was ist das Urteil über Schwestern die sich mit einem Niqab zur Schau stellen in sozialen Netzwerken was heißt das jetzt machen sie Diskussionen oder Vorträge oder was muss man jetzt darunter verstehen vielleicht kann die Schwester uns nächstes Mal weil wenn es die Frage ist die ich denke dann werden wir das das nächste Mal ausführlicher beantworten bieten und verzeiht uns weil wir haben wirklich eine sehr sehr enge Zeit und wir sehen uns wieder am Freitag um 20 Uhr im Livestream wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh und wir sehen uns noch und wir sehen uns und wir sehen uns in der Höhe Im Livestream